Ja, so die Gimura, es hat ein kleiner Lächel, ein kleines Loch. Okay, das muss, das muss... Aber es hat so ein Loch. Ja, sei es. Das muss, das ist ein mehr, ja, ich meine, ich meine, das ist ein kleineres Loch. Omerleide, so kann ich gefragt, ob ich verstehe nicht. Hast du schon richtig, ich habe dich gefragt, ich habe dich gefragt, ob ich die Wurzel, die Mama ist gegen das Loch. Beuhe ich mir noch, aber ich habe dich gefragt, ob ich es immer noch nicht. Aber ich habe mich gefragt, ob ich es nicht mehr so ein kleines Loch ist. Das ist das gar nicht gewusst. Aber es gab das Suffik. So die Gimura, ob ich daite, in der Wurzel nicht lebe in der Loch, hast du ja, die Zogs, Rav Shem, in das Moide. Verstehe ich nicht. Ich habe dich gefragt, ob ich die Wurzel, in der Loch, hast du nicht gewusst. Und du, wenn du, wenn du Zogst, auf so ein kleines Loch, so die Gimura, Omer Rabbi, ich meine, du Zogst, das ist in der Kirche, Omer Rabbi, die Zogs, 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 hat fallen und nicht los, die Zogs, die Zogs, die Zogs, die Zogs, ist, also Rpschemenhaut, als Yenika allein macht Nishmechibber. Also ich sage, wenn die Yenika ist, ist der Stärker Yenika, wenn man sagt, du hast ein Loch, durch das Loch, keine Rösschen mit Yenika, aber der Loch ist das größte Loch, aber Rpschemenhaut, also nicht das, die Yessad hat Dvorum. Die Yessad hat Dvorum ist, wenn es in der Kale ist, ist es in der Platz für sich. Wenn es in der Platz für sich, dann ist es Nishmechibber, wenn es die Kale ist, wenn es die Kale ist, in der Höhle ist, in der Höhle ist, in der Höhle ist, wenn es in der Höhle ist, wenn es in der Höhle ist, Nishkan Keile, aber so ist die Gmura, einmal die Kale hat Nishkan Keile, so ist die Yenika, macht Nishkan Keile. Wenn es in der Höhle ist, ist die Kale, wie ist es? Es ist in der Kale, es ist nicht in der Höhle, eins ist ja nicht von der Höhle, fein. Yenika allein macht Nishkan Keile, aber das ist Nour, ist in der zweiten Platz. Aber Rpschemenhaut, ist Timur Tahar, hat Nishkan Keile, aber so ist die Yenika, macht Nishkan Keile. So ist die Gmura, und es ist in der Höhle, und so ist der Höhle, dass du auf dem Kale khairus bist. Dr. Nikiv, du hast den Kale, das ist bei Motti-Mashke, muss man sich in der Höhle, wenn du ein Laichelst, ob es nicht in der Höhle warst, oder es ist in der Höhle, oder was nicht in der Höhle, oder was nicht in der Höhle? Wasser kann ich nur in der Höhle, in der Platz, wie der Loch ist nicht groß, als der Lift, das ist in der Höhle. Und Maila, und so ist es so, ob du ein Laichelst, hat Nishkan Keile, hat in der Höhle, In vielen Zeiten fliegt man sich weg von der Keile. Die Hand hat man sich geworfen von den Gabig. Okay, es ist ja in vielen Zeiten der Keile, die sich gelacht hat. Es dreht sich die Gabig. In vielen Zeiten hat man nicht so viele Keile wie die Hand. Wenn die Keile bekommen hat man ein Loch, hat man hinterlegt eine zerbrochene Gleichheit. Genau, zerbrochene Gleichheit hat man hinterlegt als Jenselchappen der Dschuss, wo sie draußen und oben steht. Das heißt, er gestern. So die Mutter, hey, gestern habe ich gesagt, man darf jetzt noch ein Gestern nehmen, damit man hinter dem, das ist schon ein Zivart. Und die Mutter sagt, oh, ich habe die Ausgabe von der Keile, weil das ist mir jachet gewesen, von der Gestern. Die Mutter ist einiger Tag gleichher. Es hat bekommen eine Timme, man zerbrecht es, und sie wird durch. Jetzt, ich nehme meine Stickel dafür. Ich mache, wenn ich gar nicht ausgüssen, von der Gestern, und die Mutter, jetzt bekommt es eine neue Timme. Es hat bekommen eine neue Nummer von der Keile. Die Gestern, ob sie bekommen eine Lechung. Nein, 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 sie hat eine neue, eine neue Geschmung. Ja, keine neue Keile. Jetzt, die Gestern bekommen ein Loch von der Mütze. Das ist ein kleines Loch, das kleinste Loch. Aber wenn man jetzt in der Mütze will, das ist ein kleines Loch. Aber wenn die Mutter, so die Gemüse, das heißt, die Keile, das ist ein kleines Loch. Sie sagen, ich sage, das ist nicht nur ein kleines Loch. Oder wenn es das ist, so ein kleines Loch. Aber wenn die Gemüse, das ist ein kleines Loch, das ist ein kleines Loch, so die Gemüse, ist es noch kusher für die Kaddish. das ist ein kleines Loch. 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 Wenn IlTA logs merkt, das ist ein kleines Loch. in diesem tube ist ein kleines Loch. Yes, wenn jemand Fourth kaufen ist, hat das, dass es so lange will kommen, Multipleеюсь der Kaddish wird gigantlos nicht prolongiert mehr herum. Als die Gemüse sagt. Und hier macht es ein kleines � BC. Dieser Dulg war ein kleines Slow Debbie. Das rooftop kann sich ... 11. 13. 14. combien ich in administer выз liquor. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 21. 21. 22. Das ist gut. Das ist nicht das Kale. das macht, dass der Timmel noch nicht kommt zu der Achlam. Ja, es ist eine Gata Keile, wenn sie gewöhnt, niffches beribbo, es gewöhnt, sie brachen rauf, sie gata große Lächel, so die Gmude Demmels, wenn sie brachen geworfen, rauf, heißt es also Tathir. Oibzat, Arashat Masber, oder Teure steht, wo Cholkli Pessich, so darf es an der Keile, wo es heißt Pessich. Oibzat, nur Lächel, afeile de Keile, nischke Shem Keile, so hat Allah, wie Amoy Zerrimoen, ja, aber es hat es, sie nischke Pessich, sie nischke Keile, ich darf nicht, dass Shem Keile, ja, das ist die Sade Advoram, ich darf nicht, kein Keile, soll es Matzana von Oil Ames, aber Tamar Abers ist aufgebrochen, rauf Keile, schon zerbrochen, so die Gmude Demmels, Demmels heißt es schon a Pessich, einmal heißt a Pessich, kimmt daran der Timmel, darab der Pessich. Umro, was ist die Schematik, Lächel, Schirr, Kamoy Zerrimoen? Ich habe auch gehört, als der Schirr, von der Klacheres ist der Schirr, Kamoy Zerrimoen, in Oibzat, noch nicht der Schirr, Kamoy Zerrimoen, in Oibzat, noch nicht noch nicht, so die Gmude Demmels. Ruvah, Lamas, hat Friinisch, das ist die Gmude Demmels. Ruvah, hat Frii gesagt, das ist die Gmude Demmels, das ist die Schirr, das ist die Gmude Demmels, das ist die Gmude Demmels, Umro, Ruvah, Ruvah, Schmerle, schmattu Eile, bei Mokkivzumet Pussle. Lauf, da gab es, da luchu Mokkivzumet Pussle, das ist die Gmude Demmels. Jetzt saggat, das ist die Gmude Demmels, es ist die Gmude Demmels. Undlimmels, ist der Leukasche, oint, sit badly oder oppelend Gmude Demmels, als ich des ähnlichen H autres. Fordi Gmude Demmels beber Schmatt, sshmatt, und sshmatt, Sshmatt, Die größte Reine ist ein Kemat Raufkeile. Sie gewinnen als kleine Reine, also größer Reine ist ein Kemat Raufkeile, viele sind nicht Raufkeile, also die Gummertes Genick, also heißt es in der Pesach. Dann haben wir aber die größte Reine, und die größte Reine allein heißt es noch nicht Ruf. Wenn heißt es Ruf, dann können wir die Reine gewinnen, 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 die Reine gewinnen. Sie müssen mehr als ein halbes Reine, dann muss es heißen, es ist noch ein Pesach. Einmal heißt es auch Pesach, dann kommt ein anderes Thema. Okay.